Ja, was ist das denn? Zeit mal. Ne, verpisst euch, haut ab. Ne, der ist nicht neu, oder? Ist der neu? Doch, der ist neu. Ihr könnt mich mal. Hier, überfahren mich, überfahren mich, überfahren mich. Ja! Nö, bestimmt nicht. Ich überfalle über den Polizisten. Ja, Sascha, der überfährt keine Scheiße. Bitte was? Wer uns die ganze Zeit hier abschießt, ne, ist okay, Sascha. Ja, du auch. Komm her. Oh, Alter! Ey, was hast du denn gemacht? Alter! Wie das Ding fliegt. Zum Glück überhaupt nicht, unrealistisch. Das geht ja super realistisch. GTA? GTA! Niko Belic! Oh, Alter! Ich brauche eine Medicaid für mein Fahrzeug. Eine Medicaid-Preis ist gel... Nein, ich habe nichts gegen den da. Aaaaaah! Wo bist du? Es geht echt gar nichts an. Ey, wie die alle... Die Kops alle kommen. Meine Mona hat gesagt, du bist da. Oh, okay. Ich fahr jetzt auf die Rampe, ich fahr jetzt auf die Rampe. Blöde Schlampe. Was? Hast du was gegen Schlampe? Sie sind grad blöd genannt. Tschüss. Wer ist auf der Rampe? Deine doofe Mutter. Die alte Schlampe. Boah, dafür kriegst du jetzt erstmal ne Rakete. Oh ja, in den Kanal eingetürt. Oh nein, er saß halt schon mit deinem Heli. Nein, diesmal nicht. Oh, schöner Sprung, wer war das? Ich war das. Oh, Alter. Sehr schön. Wer hat da schon wieder nen Helikopter? Der Sascha. Ich wollte schon keine Sohn haben. Sascha, ey. Ja, warte mal. Sascha, du Flascha. Nein, 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 nein. Nein. Eine Flasche voller Sascha. Ach, hallo, Patrick. Sascha, hör doch mal auf damit, jetzt ist ernsthaft. Jetzt kannst du fliegen. Oh, Sascha. Da ist noch ein Heli, steig da ein. Du Dreck, sag du. Du Dreck, sag du. Du Dreck, sag du. Ich will nicht mal mitfliegen. Nee. Wo bist du denn? Was? Alter, schieß mir mal. Kebenwerferbund überlebt hat? Schmort, mort. Na, da war wohl nix, wa? Wie auch immer das versucht hat gerade. Kann nur gepackt gewesen sein. Nee, war der Sascha. Wer sonst? Was? Ich will mich. Auf deine Rolltablette. Komm ich hier nicht hoch, sag mal? Was ist das da für ein Buch? Wie du kassiert hast? Ja. Oh no. Schreck mich nicht auf. Ich bin nicht ganz cool geduckt. Alter. Du kriegst mich nimmer. Oh Gott. Nein. Hihi. Boah, diese overpowered Shotgun, ne? Alter. Ich hab den vollständig aufgehabt. Eier. 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 Ist grad den geschissen oder was? Eier. 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 Acht? Eier. Ja. So wie die Aussicht spiele ich mit dir Klopapier, wenn ich kacken bin, Alter. Ich habe Toilettenpapier und auf jedem Blatt ist dein Gesicht mit ne Zunge. Nee. Das war wieder so ein Internetspruch, Alter. Nein, ich bin ja YouTuber, ich habe Toilettenpapier, welches aus 100 Dollar Scheinen besteht. Ja? Ja. Wer ist das denn da im Himmel da oben? Gar keiner, das ist ein Psygelig. Alter, ich versuche jetzt schon das dritte Mal zu starten, ne? Ja, ja, da brauchst du beim Sascha, der fliegt, der ist ein Camper, ist der. Guck mal hier, der Patrick wieder... Der dritten Mal macht mich Sascha wieder kaputt. Guck mal, wie doof der ist. Man kann nicht durch... Ja, fang mal unter dem Schild durch, versuch mal. Nein. Doch, mach doch mal. Nein. Doch, mach doch mal. Komm mal hier drauf, Tobi. Nee, du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Haha, des. Boah, Alter, das ist ja ne geile Kiste, Alter. Danke. Na, bist gegen die Wand gefahren, du Idiot. Tobi, du kannst jetzt lüften. Naja. Muss ich auch, nachdem ich deine Mutter hier drin genagelt habe. Sind wir schon wieder da angekommen? Hast du die Kette dabei gehabt, um den Busch da und ein Buschfeuer zu beheben? Ja. Ja, klar. Wie er nicht fährt, wie er nicht fährt. Guck mal, wie er nicht fährt. Ja, weil ich gerade aber flass auf die Orbe. Oh, jetzt soll das Auto kommen. Ja. 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 Sag mal, ist die Folge hier, die wir gerade hier aufnehmen, eigentlich schon nach den Gamescom? Ja, 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 schon weit. Für die Gamescom hatten wir ja schon. Ja, ja. Ja, ja. Komm, ne Tobi. Du bist gerade in Spanien. Warum bist du hier? Verpisst dich. Ich bin, äh, äh, ich hab natürlich, ich hab mir natürlich jetzt nicht nehmen lassen und hab hier aus Spanien natürlich auch aufgenommen. Kannst du ja auch mit deinem monatlichen Einkommen? Ja, ja, ich bin, äh, ich hab, äh, ne? Ja. Gäste wie Heu? Ne, Heu und Katzenstreu? Oder Gras. Was für ein Gras? Grünes. Willst du uns was beichten, Patrick? Ja. Willst du uns was beichten? Willst du was haben? Soll ich Montag was mitbringen? Oh, oh, oh. Ja, also, äh, ja. Das machen wir mal vor der Aufnahme, weißt du? Ja, ja. Ja, der Partizid sich mal, äh, der macht immer ein Double Penetration und steckt sich die Joint sonst wo rein. Ja. Wer ist denn da schon mit der Medi? Hatte Dennis gerade mal wieder Medi ist. Deswegen gehen wir am Wochenende immer zu ihm. Ach, das sind nicht, du hast die ganzen Computergehäuse bei dir zu Hause sind gar keine Computer. Dass du Gras drin angepflanzt. Alter, was war, alter Sascha bist du beschwert? Oh, ist Sascha endlich tot. Gott sei Dank. Ich hab' gestürzt. Gott sei Dank. Ich hab' das Gefühl, da ist aber noch ein Heli in der Luft. Ja, von dir hab' ich keine Angst, du konntest eh fliehen. Na, guck mal mal. Ja, guck mal mal. Ja, guck mal mal. Wir probier'n's mal. Wir? Das heißt, ich darf euch abschießen? Nein. Nein. That's what she said. Alter. Was meinst du denn damit, Tobi? Erläutert das doch mal. Ne, that's what she said, das erklärt sich ja von selbst. Das, was sie sagte? Ja, ich weiß ja nicht, was du schon wieder denkst und was für Versautheiten. She said ist für mich äh... Äh... Sie ist traurig? Ja. She said? Ja. Tobi, wo bist du? Hast du noch ein Heli? Ne, aber ich hab' gleich was anderes. Ständigen. Den hab' ich, den hab' ich dauerhaft, instant. Deswegen hast du die aus dem Schreibtisch geholt, den du mit dem Knopf nach oben fangen kannst, Ja. Ja. Lass' du jetzt etwas schon wieder über Behinderte? Ich mein' eigentlich gar nicht, solch ein Behinderten-Schreibtisch, aber nein. Ja, nein, nein, nein. Du brauchst den Schmulas brauchst du nicht ablenken hier. Ja, deswegen mag' ich dich auch nicht. Na, Sigi, ich bin die größte Schwuchtel, die es überhaupt gibt. Weiße. 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 Voll easy, ey. Weißt du, was ich mein'? Wer ist das schon mit dem Helikopter? Komm, Tobi, zeig' mir doch mal dein Hotelzimmer. Dein schlimmster Alt. Tobi, zeig' dir mal deinen Hintereingang. Zeig' mir doch mal dein Hotelzimmer. Ja, während dieser Aufnahme, während ihr das hier grad seht, ist der Tobi schon wieder in Darmstadt. Ja. Dort findet der Darmstadt. Leiner? Im Darmstadt-Stadium. In Darmstadt findet Verkehr in Darmstadt. Ne, das hatten wir schon mal irgendwann, ne? Ja, ja. Komm. Das sind alles alte Kamellen. Das packst du ja die ganz alten Würstchen aus. Aber für euch ist mir auch echt... Einfach... Das ist mir einfach alles so schade. Ist okay, Tobi, ist okay. Was willst du denn überhaupt? Ne, komm! Musst du wieder so aggressiv werden, oder was? Kann ich einmal den DIN raushängen lassen? Ja, okay. Ja, okay. Schala! Weißt du, die Polizei nimmt mir die Vorfahrt, ja? Und ich krieg die Sterne. Das ist so hart. Ich fahr zum Flughafen verreckt, dann elendig. Natürlich. Das ist aber ärgerlich. Keine Info, der Sascha ist grad wieder auf dem Weg zum Flughafen. Das heißt, keiner kriegt mehr einen Helikopter. Brauche ich auch nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Kann du einen Helikopter bist, oder was? Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Dubstep gun, bitches. Guck mal, wie der Patrick auch mit dem Helikopter so hin und her schaukelt, ey. Patrick schläft bestimmt gleich. Schaukeln ist die Hauptattraktivität bei PZ. Versuch doch mal in den Helikoptern zu kommen. Zu kommen? ja deswegen wackelt er auch wahrscheinlich war ja ja schleudervorgang unter dem schreibtisch soll jetzt aber auch mit den ganzen porno witzen hier denn wir sollen nicht über die arbeit von patricks mutter reden der war gemein patrick ne ja heute habe ich heute bin ich gemein zu dir oder ja das schlimme ist er ist dann auch gemein zu mir obwohl ich ihm gar nichts getan hat mir das noch mal verzeihen patrick naja schon okay patrick aber warum denn patrick nein ist okay patrick patty war übrigens auch bei der kelle familie dabei da hieß ja auch einer so oder nicht ja nicht er partei man muss schon treffen oder was so einfach durch die maut stelle fahren macht denn ist das auch immer im grenzübergang der will egal in belgien tanken oder ein polizei stirb langsam oder schnell egal patrick ja was war dann geht den nacken kommt ein größtes highlight rakete nacken triffst du sowieso nicht direkt dein nacken schon wo am stiern nacken dankeschön was soll er denn jetzt sieht ja so aus wie auf dem einen bild was ich mal gepostet habe an seiner pinnwand ja mit iphone irgendwie so kann ihr seid ja über mich so patrick hat wird doch gar nicht patrick versuche doch gar nicht ja komm du haust ja nur ab wie so ein feigling für den tobi abholen aber dann will er ja 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 komm immer auf zu schießen kurz natürlich wo bekommen kommen was ich ja meinst du steig jetzt bei dir ein bitte tobi geht lieber so schießt sich das schon wieder ab dann hätte ich sie gleich kaputt wenn du so weitermacht was denn sascha schon wieder die freige sohn oder er verschießt auf sich tobi ich weiß patrick ist das bestimmt der versucht es mal wieder ist der tobi ja wenn er patrick einfach und studiert ist das wirklich ein erfolgserlebnis hat man ja bei team das match hat man ja bei team das match also war ja auch dabei hallo sascha ja das war aber auch weil ich der einzige mal der mit dem controller gespielt ja 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 natürlich das war knapp na patrick was ist los sturzflug läuft ja komm her patrick sein man pet pet ist kein man aha 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 du musst mich nicht dot kriegen da sage ich dir natürlich nicht probierst ruhig macht mir sorgen der spiele über ihm Fläge denke weil herr kuh Tobi auf dem panzer ja der warte da komm nicht hoch ne 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 kling ende von den zwei spielstunden an das super brillante ende wir müssen zur brücke wir müssen zur brücke was würde gut an ende leute ich bin hier hoch von das neue haupt wird ja von links entwickelt von kritik wie man immer gute spiele ist ja stimmt wobei ich kreis ist drei jetzt nicht so toll wie alle tun alle tun und machen und so ist halt grafisch nicht schlecht ich will es extrem scheiße dass es bei dem kackpanzer hier kann sie verholen patrick ist schon am qualm hier aus dem letzten loch 1 brennt die sauer kommt sagt du bist ach ja dein autos umgefallen denn es ist umgefallen ich habe jetzt keine polizeistände bekommen als ich angefangen auf patrick zu schießen im gta genauso scheiße aus wie im richtigen leben boah tobi ne es war der sascha der ist warm 1 zu 0 für fahrrad sagen er hat doch gar nicht mich gemacht so ok 1 zu 0 für patrick gegen sascha na gefällt dir da unten ja aber weiter wo ist der patrick denn das ist ja einer vorgekommen gekommen ist er zuvor überhaupt gar nichts treffen musste tut alter hier fliegt alles was ist das hier ein schroppplatz wo ist der mich ja tobi will einsteigen warte 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 tobi tobi machen übrigens auch zum release von battlefield 4 auch mit wo ich noch kurz bezahlen soll los tobi den stoff nach sascha vom fahrrüber und ohne den potter kommt ja ohne den patrick der scheine krank war macht die karte kaputt und die mann kaputt nur noch nicht hier hat mich alle die ganze zeit umgebracht alter ich kriege heute vor mir vor mir bitte rückwärts so wie bitte verrückt jetzt schäscher 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 den hydranten scheiße ich auch schon immer guck mir, brennt! Mann! Mach nix! Wenn stirbt Sascha mit! Wo ist der? Hä? Hinter uns! Ja, das leckt gerade ein bisschen, ich weiß auch nicht. Der Panzer soll explodieren, komm! Jaaaa! Mir lebt noch! Ahlala! Ganz gemütlich aussteigen, so! Juhu! Jetzt erst mal in der Fahrzeug gleiche Verbrü... Oh, hallo! Ich wollte nicht mal auf dem Krankenwagen stehen! Ey! Iiii! Patrick hängt in mir! Hör auf, bitte! Hör auf damit! Au! Hilfe! Au! Ich hab nicht auf bitches! Ey! Wieso ist die Scheiße, ist der runtergefallen? Ist okay? Boah ey, was haben die für Waffen, die Polizisten, ohne Scheiß! Was? Also... Was ist denn das höchste Gebäude? Ne! Was? Das höchste Gebäude in Liberty City? Äh... Was ist damit? Hör auf, Sascha! Ah! Oder Sascha ist echt ein Spaß, den der man immer auf in der Hand hat, hier! Naja, das äh... Jaja... Das ist ein schönes Auto, ne? Tobi, boah! Ah, Mann! Wie seid ihr denn eigentlich schon wieder? Haha, Sascha ist ne Frau! Tobi nicht! Ich wollte das auch! Ne, ich wollte das gar nicht! Sascha, das ist nie nett von dir, muss man ganz ehrlich sagen! Au! Au! Direkt an die Mülltonnen! An die mir Gedanken machen sollte! Weißt du Flaschen sammeln, Tobi? Wuuu! 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 Hallo Sascha! Hallo Sascha! Sascha mach mal den Schubacher! Wuuu! Wuuu! Ich hab markiert unten! Äh... Also... Ich fahr'n! Ich will mitfahren! Warte, sag ich mal wo lang! Links, rechts grad aus! Aua! Äh... Links! Warte doch ey! Fahr doch nicht weg! Ah, jetzt hast du's markiert! Hallo Sascha! Fahr doch nicht weg! Aber der Patrick schießt auf uns! Ja, scheiß auf den! Sascha... Also Patrick, du legst dich drauf an heute, ne? Sorry, aber du standst grad so gut! Ich fahr' einfach auf! Wegsack! Hör auf! Sorry! Ich sag dir, du fliegst mit in Luft! Du fliegst mit in Luft! Keine out! Nö nö tschau! Nö ne tschau! Und wir vorn Tokyo Drift macht jedeest! H�� retro auf! Du links und rechts sind links und hoch! Dreck seid! Da ist doch wohl nicht soyn... Das frag'n wel informativ mit los als die land Kollege Dreckst! Das fängt's schon wieder damit an! Gern die Schönerin mit allen! DROQsaam! Sorry aber es mag grade eine Spaß! Ja ey lass mal hör'n mal ganz kurz auf, 핑if какую edit deux Was machst du da? Dann sollte ich mal bitte entsorgen. Halt die Fasse! Können wir alle bitte den Pälse deabonieren und kräftig in den Arm streiten, dass sie den Namen... Ach Quatsch, wir machen das doch, weil wir uns so gern haben. Ich hätte jetzt schon wieder einen auf der Zunge gehabt, aber... Ich hab nur heute geschworen... Nee, komm, genau. Da... Nee, Patrick, ich sag dir, es ist vorbei. Darf ich mitfahren? Ja, komm doch auf. Komm, du hast es dir verdient. Steig da drauf! Ja, mach ich doch! Ja, ja, reiten und ja, komm. Hey, Cornelia steck's mal auf, danke. Und los geht's. Dann würdest du bestimmt Tamikazen machen. Was? Ähm, der Reifen fehlt übrigens. Komm, lass zu Tobi. Der lacht eigentlich immer. Weil du ihn Cornelia genannt hast. Komm auch zu lachen, Mann. Wie der aussieht, ey, ohne Scheiß. Entschuldigung. Wer alle den Pälse deabonieren schon mal gesehen hat... Ich hoffe, ihr hättet alle einen Eimer dabei. So, Patrick, ne? Das war jetzt meine Rache, weil du mich die ganze Zeit getötet hast. Beziehungsweise... Ihr könnt ja mal auf meinem Kanal vorbeigucken, dann seht ihr ja, wie ich aussehe. Wenn ihr euch ein eigenes Bild macht. Wie meine Autos rausspringt, obwohl das Auto gar nicht mehr fährt. So, jetzt fahr ich mit diesem Auto weiter. Und... Mit dem Auto fährst du weiter. Wow. Ja, aber das ist eigentlich ein Motorrad. Das ist doch... Das ist ein cooles Auto. Ne, 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 Patrick. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Sieht aus wie bei Supernatural, das Auto. Ich bin auf der anderen Seite. Warte, ich will auch mitspringen. Warte, warte. Ne, bei mir, du bist... Du bist ein Stück weit unter mir. Moment, warte. Was? Tobi? Jawohl. Springen wir wieder von Häusern? Ist das eigentlich erlaubt? Ich bin ganz oben. Ich bin über euch. Moin. Seid ihr schon gesprungen? Tobi, ich bin rechts von dir. Seid ihr schon gesprungen? Hand in Hand springen. Warte, noch nicht springen, noch nicht springen. Da unten seid ihr. Warte, guck mal nach oben, guck mal nach oben, Tobi. Ja. Siehst du mich? Ne. Ich guck grad in mein Nasenloch rein. Tobi, guck mal nach oben. Ja. Guck mal nach oben. Ich seh dich nicht. Pass auf. Da ist die Brüstung im Weg. Ja, 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 ja. Huch, da. Du warst ganz oben, du Arsch. Oh, dazu. Was hat er gesagt? Es geht nicht anders. Drei Huch. Drei Huch. Drei Huch. Ich hab Angst. Mach mir Spaß, hier rumzufliegen. Da dr prosecutor wie Gott. Guck mal da unten fliegt der Giantfost? очку. Das ist natürlich sehr realistisch. In New York sieht man das häufige, dass Leute von Häusern springen mit einem...